Ja, da bin ich auch nochmal Hallo YouTube und zwar ist es so, dass mich gestern der Alex angerufen hat und mir gesagt hat, er spricht nochmal mit dem Felix, aber sich jetzt wieder mit mir anfreundet, aber der Alex spricht wohl auch noch, also mich hat gestern der Alex angerufen und mir gesagt, er spricht jetzt noch ein letztes Mal mit Felix, wie das mit der Freundschaft ist und vielleicht treffen die sich dann mit mir und sprechen nochmal so eine Stunde. Aber ich habe mit meiner Mutter schon telefoniert, die sagte, das ist keine gute Idee, sich mit denen zu treffen, aber auf der anderen Seite möchte ich Felix auch gerne mal wiedersehen. Nur es macht natürlich auch nur Sinn, sich mit Felix jetzt zu treffen, wenn er den Kontakt wieder aufbaut und die Zeit, Felix muss ja dann auch die Zeit, wo er jetzt nichts mit mir gemacht hat, die muss er nachholen, zwei Jahre. Und die Versprechen noch nachholen. Ich bin ja mal gespannt, ob die wollten sich morgen nochmal, also heute nochmal melden und mal gucken, wie das weitergeht. Ja, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020